Jeder Zuschauer, der mehr im Stadion ist, merkt man es einfach wieder mehr Fußballfeeling und das Spiel war sowieso für die Menschen, die jetzt endlich wieder ins Stadion kommen und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir denen einen schönen Nachmittag bescheren wollen und sind froh, dass uns das gelungen ist. Wichtig war, dass wir eine Reaktion gezeigt haben nach dem Spiel in Wiesbaden, ich denke das ist uns gelungen, natürlich gibt es immer Luft nach oben, wir sind ganz am Anfang, wir haben zu null gespielt, wir haben das Spiel gewonnen und ich denke darauf können wir aufbauen. Mit dem Begegnis können wir auf jeden Fall zufrieden sein, 2-0 zu null, Auftakt geglückwürdig sagen, vor allem eine Reaktion gezeigt auf das Aus letzte Woche, wir hatten einen ganz anderen Spirit drin, eine ganz andere Mentalität und das hat uns dann zum Sieg getragen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020